Herzlich willkommen zu diesem Video zur Lehrveranstaltung Grundlagen der Informatik. In diesem Video geht es um Basisdatentypen. C ist eine typisierte Programmiersprache, das heißt, wenn man eine Variable anlegt, um darin Werte zu speichern, muss man auch angeben, von welchem Datentyp diese Variable ist. Und diese Variable kann dann eben nur Werte aufnehmen, die zu diesem Datentypen passen. So, hier schauen wir uns also in diesem Video an, was denn eigentlich Datentypen sind und welche Basisdatentypen es gibt. So, bevor wir uns Basisdatentypen und Variablen anschauen, zunächst mal ein kurzer Hinweis zum Kommentieren. Programmcode sollte man immer besonders gut kommentieren, nicht nur damit man selber später versteht, was man denn da programmiert hat, sondern damit auch andere Programmierer möglicherweise den Code, den fremden Code dann verstehen. So, zum Kommentieren gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal einen einzeitigen Kommentar, den macht man mit zweimal Backslash hintereinander gestellt und einen mehrzeitigen Kommentar. Das macht man mit diesem Schrägstrich Sternchen am Anfang und am Ende. Diese Sternchen vor die einzelnen Zeilen hat jetzt Visual Studio hinzugefügt, die müssen da nicht stehen. Das ist auch ein mehrzeitiger Kommentar. Mehrzeitige Kommentare kann man auch besonders gut verwenden, um Programmcode später in umfangreicheren Programmen auszukommentieren. Das kann zum Beispiel beim Debuggen, also beim Finden von Fehlern helfen. Hier ist zum Beispiel mal irgendein Programmcode dargestellt, der in unserem Programm jetzt vorhanden ist und den wollen wir jetzt auskommentieren. So, stellen also diesen Programmcode in einen mehrzeitigen Kommentar und damit ist der Programmcode nicht mehr Teil des Programms, weil er eben auskommentiert wird. So, jetzt schauen wir auf Variablen und Basisdatentypen. Also, wenn man in Programmen Daten verarbeiten will, dann muss man die Daten ja zunächst einmal als sogenannte Variablen anlegen. Das machen wir hier mal an einem Beispiel von einer Variable, die einen ganzzahligen Datentypen repräsentiert. Zunächst einmal muss man eine Variable deklarieren, das heißt im Speicherbereich Speicher für diese Variable reservieren und anlegen. Dazu muss man zunächst mal angeben, von welchem Datentyp die Variable ist. Hier in unserem Fall ist das eine Variable vom Typ int, abgekürzt für Integer, also eine ganzzahlige Variable. Danach schreibt man dann den Namen der Variablen, i var hier und das Ganze schließt man immer mit einem Semikolon ab. Wenn diese Variable im Speicher existiert, kann man der Variablen einen Wert zuweisen. Das macht man hier mit dem Gleichheitszeichen und die Zuweisung erfolgt immer von rechts nach links. Also, der Name der Variablen steht auf der linken Seite und der Wert steht auf der rechten Seite von dem Gleichheitszeichen. Andersrum führt das zu einem Fehler, wie man das hier sieht. Also, die 3 ist rot unterstrichen. Wenn man da mit dem Cursor drauf geht, kommt die Fehlermeldung, der Ausdruck muss ein änderbarer L-Value sein. Was im Grunde bedeutet, dass diese Wertzuweisung hier falsch ist. So, jetzt hat man also diese Variable angelegt und der Variablen einen Wert, nämlich den Wert 3, zugewiesen. Und dann kann man diese Variable auch ausgeben. Und das mache ich jetzt unter Verwendung von printf. Damit ich printf verwenden kann, wissen wir schon seit dem ersten Video, muss ich zunächst einmal eine Bibliothek hinzufügen, nämlich die Bibliothek Standard Input Output. So, hier habe ich printf verwendet. Printf kann also nicht nur Text ausgeben, sondern man kann innerhalb des Textes, den man ausgibt, auch noch zum Beispiel Variablen ausgeben. Und dafür muss man Platzhalter einfügen. Und das Platzhalter-Symbol für eine Integer-Variable, also eine ganzzahlige Zahl, ist hier das %d. Und der Wert, der für dieses %d eingefügt wird, steht dann hinter dem Komma. Und das ist das i var, also unsere Variable. So, jetzt kann ich unser Programm einmal kompilieren und ausführen. So, und hier sehen wir, die Ausgabe ist Wert von i var, Doppelpunkt 3. Das entspricht genau dem Programmcode, den ich in Zeile 8 dargestellt habe. So, bevor wir uns jetzt andere Basisdatentypen neben dem Integer noch anschauen, gucken wir zunächst auch mal darauf, wie Variable denn im Speicher angelegt werden. Also, einen Speicher kann man sich grundsätzlich dann vorstellen wie eine Tabelle, die aber eigentlich nur zwei Spalten hat, nämlich eine Spalte Adressen und eine Spalte Wert. Also, die Spalten, die hier ganz links und ganz rechts stehen. Was eine Adresse im Speicher ist, das schauen wir uns später nochmal an. Jetzt gucken wir uns zunächst mal darauf, dass wir eine Variable angelegt haben. Also, das ist eine Zeile in dieser Tabelle hier. Da haben wir einen Namen vergeben, nämlich hier i var, und haben auch angegeben, was für ein Typ es ist, nämlich ein Integer. Und bei der Wertzuweisung haben wir dann also in Wert eine Zahl geschrieben, hier in unserem Fall eine 3. Jetzt können wir dieser Variablen eben auch wieder einen anderen Wert zuweisen. Wir können also den Wert überschreiben, zum Beispiel die minus 12. Im Programm sieht das jetzt so aus. Wir kriegen also zwei Zeilen. Zum einen die Zeile Wert von i var, das ist die, die wir gerade schon gesehen haben. Und die zweite Zeile ist ein neuer Wert von i var. Das entspricht also der Zeile im Programm 12. Und hier haben wir jetzt also die Ausgabe, dass i var den Wert minus 12 hat. Ich kann aber i var jetzt nicht jeden beliebigen Wert zuweisen, sondern nur Werte vom Typ Integer. Wenn ich jetzt versuchen würde, i var den Wert 3,1415 und so weiter zuzuweisen, dann würde ich folgende Ausgabe bekommen. Also der neue Wert von i var wäre jetzt 3, obwohl ich ja laut Programm dieser Variable den Wert 3,1415 und so weiter zugewiesen habe. So, wo liegt jetzt das Problem oder die Ursache darin, dass i var doch nur den Wert 3 hat? Es ist hier also nur der ganzzahlige Anteil der Zuweisung an i var übergeben worden. i var ist ja eine Integer-Variable, nimmt also nur ganzzahlige Werte auf und der Nachkommanteil, also dieses 0,1415 und so weiter, wird hier also verworfen. Die wichtige Beobachtung ist jetzt hier also, dass das Programm tatsächlich erstellt wird, ohne Fehler. Doch das Programm verhält sich anders, als man es eigentlich erwarten dürfte, wenn man denn den Programmcode sieht. Denn die Zuweisung in der Zeile 10 ist ja nicht so, wie es hier im Programmcode steht, sondern es wird nur der ganzzahlige Anteil zugewiesen. Das ist hier jetzt kein großes Problem, aber in anderen Programmen kann das tatsächlich zu schwerwiegenden Fehlern führen. Insofern ist man also als Programmierer in der Pflicht, zuzusehen, dass man schon richtige Zuweisungen macht. Kleiner Hinweis, man sieht hier in der Ausgabe, dass eine Warnung vorliegt, nämlich hier Konvertierung von Double in Int führt zu einem möglichen Datenverlust. Was damit gemeint ist, ist, dieser Wert, den ich hier zuweise, die 3,1415, ist vom sogenannten Typ Double. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und Double kann aber nicht einem Integer zugewiesen werden, also unserer Variable i war. Deswegen wird hier eine sogenannte Konvertierung vorgenommen. Es wird also eine Umrechnung eines Zahlentyps mit Nachkommeanteil umgerechnet in eine Zahl ohne Nachkommeanteil. Und dabei wird eben nur der Nachkommeanteil verworfen. So, was machen wir denn jetzt aber, wenn wir denn gerne auch Zahlen mit Nachkommeanteil verarbeiten wollen würden? Dafür gibt es eben entsprechend andere Datentypen. Zum Beispiel eben den Datentyp Float oder Double. Hier deklarieren wir jetzt also wieder eine Variable, allerdings von einem anderen Datentyp, nämlich vom Typ Double. So, die Zuweisung ist jetzt hier okay, denn hier weisen wir der Variable, die war tatsächlich einen passenden Wert zu. Und diesen Wert geben wir jetzt auch wieder aus. Das Formatierungszeichen oder das Platzhaltersymbol für die Ausgabe einer Zahl mit Nachkommeanteil ist das %f. So, hier sehen wir jetzt, die erste Zeile ist wieder wie das, was wir schon kennen. Die zweite Zeile ist jetzt Ausgabe von divar und hier wird ausgegeben 3,1415 und so weiter. So, ich habe gerade gesagt, für die Darstellung der Zahlen mit Nachkommeanteil gibt es zwei Basisdatentypen, nämlich Float und Double. Hier habe ich jetzt Double verwendet und Double hat gegenüber dem Datentyp Float einfach die doppelte Genauigkeit. Ich hätte hier also jetzt auch einen Float verwenden können und in diesem Beispiel hier macht es eben keinen Unterschied, ob ich einen Double oder einen Float verwende, weil eben diese Zahl, die ich hier angegeben habe, auch als Float dargestellt werden kann. So, schauen wir uns jetzt noch einen weiteren Basisdatentypen an, nämlich einen Datentypen, der Zeichen speichert. Das ist der sogenannte Character. Bei der Zuweisung eines Charakters kann ich zum Beispiel einen Buchstaben in einfachen Anführungsstrichen direkt angeben. Ich kann auch diesen Character ausgeben. Das Formatierungszeichen oder Platzhalter-Symbol in Printf für einen Charakter 7% C. So, das Ganze lasse ich wieder kompilieren und ausgeben. Jetzt sehen wir hier in der dritten Zeile, dass das, was interessant ist, der Wert von C war, ist eben gerade der Buchstabe D. So, das verwundert jetzt auch nicht mehr so sehr, denn es ist im Grunde genau das Gleiche wie das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, nur dass wir jetzt eben immer andere Zahlen ausgegeben haben. Ein Integer speichert eine ganzzahlige Zahl, Float und Double speichern eine Gleitkommazahl, also eine Zahl mit Nachkommaanteil und Character speichert eben Zeichen. Intern werden Zeichen aber auch als Zahlen repräsentiert. Also, wenn ich jetzt das Formatierungszeichen von C umändere in D, also die Zahl als ein Integer ausgeben lasse, dann passiert folgendes. Der Wert von C war ist 100 und 100 ist der Wert nach dem ASCII-Code, den der Buchstabe D eben hat. Also, intern wird ein Character als eine Zahl gespeichert und bei der Ausgabe wird die Zahl eben entsprechend dem ASCII-Code als Zeichen ausgegeben. So, jetzt haben wir schon vier wichtige Basisdatentypen kennengelernt, nämlich Integer, Float, Double und Character und wir haben auch gesehen, wie man eine Variable von den jeweiligen Datentypen deklariert und der Variable dann mit dem Gleichheitszeichen einen Wert zuweist. Was ich jetzt noch zeigen möchte ist, wie man eine Variable bei der Deklaration auch gleichzeitig initialisiert. Das mache ich jetzt am Beispiel dieser Character-Variablen. So, wenn man also bei der Deklaration mit einem Gleichheitszeichen dahinter schon einen Wert der Variablen zuweist, dann ist die Variable auch gleichzeitig schon initialisiert und hat also nach der Erstellung den Wert d hier in diesem Fall. Und das Ganze funktioniert eben auch bei allen anderen Basisdatentypen beziehungsweise auch bei allen anderen Variablen. So, fassen wir also nochmal die vier Basisdatentypen zusammen, die wir hier kennengelernt haben. Das sind Int, Float, Double und Character. Int und Character speichern ganzzahlige Zahlen und Float und Double speichern Gleichkommazahlen. Und wie man jetzt hier aus dieser Tabelle sieht, nehmen die Variablen der verschiedenen Datentypen unterschiedlich viel Speicherplatz ein. Int und Float brauchen jeweils vier Byte, Double 8 Byte und Character nur 1 Byte und entsprechend ergeben sich dann Wertebereiche für die Variablen dieser unterschiedlichen Datentypen, die hier dargestellt sind. In einem späteren Video werde ich dann nochmal zeigen, wie diese Wertebereiche durch sogenannte Modifizierer der Basisdatentypen dann angepasst werden können. Modifizierer der Modifizierer der Modifizierer der